Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, beziehungsweise einem kleinen Special. Zu einem Special-Folge-Day-Z. Und zwar soll das heute in dieser, es wird auch nur eine kurze Folge sein, soll hier in dieser Folge darum gehen, wie mache ich mir ein Lagerfeuer und wie bereite ich auf diesem Lagerfeuer etwas zu essen vor. Also ich habe ein paar Fische gefangen, dazu, wie man Fische fängt, dazu komme ich dann in einem anderen Video. In diesem Video geht es eigentlich nur darum, mal zu kurz zu zeigen, wie baut man sich ein Lagerfeuer zusammen, was braucht man dafür und wie kann man denn damit kochen. So, ich bin hier in eine Scheune gegangen, in eine Lagerhalle, weil draußen pisst es mal wieder. Es ist ja auch Pissy, also, nee, Daisy-Regen. Was brauchen wir als erstes für das Lagerfeuer? Als erstes brauchen wir für das Lagerfeuer Verbände, entweder Racks oder, ich habe die anderen gar nicht dabei, also, ach doch, da entweder Racks oder Bandage. Die kombinieren wir dann mit, Moment, ich muss mal kurz gucken, wie die heißen, die kombinieren wir mit Wundenstick. Und da kriegen wir dann als Option Craft Fireplace Kit. Und zack, das machen wir doch einmal. Haben wir auch gemacht, weil wir keinen Platz im Inventory haben, hat er das auch gleich gedroppt. Und wenn wir jetzt wieder näher rangehen, sehen wir, Fireplace Kit ist vorhanden. So, in dieses Fireplace Kit packen wir nun ein Stück Firewood. Und jetzt brauchen wir die Matchbox, sprich die Streichhölzer, nehmen wir in die Hand und kriegen da schon angezeichnet, dass wir ein Feuer entzünden sollen. Zack. Und damit ist schon der erste Teil dieses Tutorials erfüllt. Wir haben quasi ein Feuer gemacht. Dafür, wie gesagt, brauchen wir Racks, beziehungsweise Bandagen. Oh, die Bandagen sind komplett dabei draufgegangen, deswegen sollte man lieber Racks benutzen. Und wir brauchen dafür die Wundensticks. So. Das wieder zu. New Content. Aber so. Jetzt haben wir hier die Feuerstelle. Und jetzt wollen wir, das hier sind jetzt hier gekochte Steaks, sind das, oder gegrillte Steaks. Und hier habe ich ein paar Fische. Die habe ich vorhin mal in einer anderen Folge geangelt. Die Fische filetieren wir mal fix. Zack, zack. So. Jetzt haben wir ein bisschen Fisch. Das lege ich immer hier oben auf dieses Fireplace-Kit, weil da funktioniert das dann immer. Und jetzt liegt es quasi im Feuer drin und wird jetzt langsam durchgeröstet, durchgegrillt. Ich beobachte das die ganze Zeit. Immer. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Player hier auf dem Server. Es sind auch nicht so viele Leute hier auf dem Server. Das heißt, eigentlich ist es unwahrscheinlich, dass man mich hier mit meiner Feuerstelle entdeckt. Auch wenn die wahrscheinlich meilenweit zu sehen ist. Ja, also hier aus der Ecke heraus kann man das sehen. Naja. Aber so ist es. Wenn ich jetzt gleich tot bin, dann ist es halt so. Im Grunde ist es jetzt so. Ich habe euch gezeigt, wie man das Feuer legt. Wie man Feuer macht. Wie wir das Feuer beherrschen können. Ich habe euch sogar kurz gezeigt, wie man Fisch verdient hier. Und jetzt warten wir eigentlich ab, dass dieser Fisch von Raw in Cooked geht. Ja, und wenn wir das dann haben, haben wir quasi unseren Fisch. Ich weiß es jetzt nicht so ganz. Wenn ich den gleich ins Inventar wieder ziehe, wenn er fertig gekocht ist oder fertig gegrillt ist, dann hat er noch diesen roten Hintergrund. Das kann gut sein, dass das irgendwie auch wieder gesundheitsschädlich ist, wenn man die Nahrung isst, wenn sie noch heiß ist. Weil er sich dann verbrennt oder was weiß ich. Ich habe es bis jetzt mal einmal gemacht mit leicht rotem Hintergrund. Ich lebe noch. Vielleicht habe ich ein bisschen Blut verloren dadurch. Wer weiß das schon so genau. So, eigentlich müsste das auch gleich schon fertig wieder sein. Das dauert nämlich eigentlich nicht lange. Und ich bin froh, dass wir hier in der Scheune sind, weil draußen pisst es nämlich schon wieder. Richtig. Eigentlich war es geplant, dass ich dieses Video schön am See mache. Aber gut. Jetzt habe ich hier einen Regenserver gefunden. Da ließ sich das leider nicht anders gestalten. Dummdi-dum. Lange kann es nicht mehr dauern. Der müsste bald fertig sein. Ansonsten, die, die nicht mehr warten wollen, die können so zum Ende des Videos hinspringen. Weil wenn das Feuer oder wenn der Fisch fertig ist, dann werde ich eigentlich nur kurz sagen, ja, der Fisch ist fertig. Juhu. Und das war es dann eigentlich auch schon mit diesem Video. Weil es eigentlich darum ging, eigentlich mal zu kurz zu zeigen, wie man ein Fireplace-Kit baut, wie man ein Feuer macht. Man, ah, da ist auch sagt, da ist der erste Fisch schon fertig, da ist der nächste Fisch fertig, da ist der dritte fertig und der vierte ist auch fertig. Super. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man Fisch zubereitet, beziehungsweise wie man sich ein Fireplace-Kit baut. Es sagen auch einige noch, dass man Steine dafür auch noch braucht. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gebraucht. Man kann sie dazu packen. Man kann es aber auch sein lassen, so wie ich das gemacht habe. Ja, das ist es eigentlich. Ich hoffe, ihr konntet anhand dieses Videos erlernen, wie man ein Feuer macht und darauf was zubereitet. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, beziehungsweise wenn ihr mich liked und andere Videos anschaut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.